Ich mache jetzt den Reiswaffeltrend für meinen Boyfriend, brauche meine zwei Zwillinge, da sind sie auch schon, Lorena und Jenny und die helfen mir dabei. Als allererstes habe ich dann die Reiswaffel genommen, dann Frischkäse drauf geschmiert und dann nach und nach die Himbeeren drauf platziert, bis es ganz voll war, dann habe ich Schokolade geschmolzen, habe dann die Reiswaffel genommen, aufs Glas gestellt und die ganze Schokolade drauf gemacht, bis die komplett voll war. Jenny und Lorena haben dann auch direkt ein paar Stück gemacht. Die Reiswaffeln hatte ich dann über Nacht im Kühlschrank, so sieht die jetzt aus und ich zerbreche die mal, schaut mal bitte, wie geil das aussieht. Ich mache natürlich auch den Geschmackstest und das war verdammt lecker, die anderen bekommt jetzt meinen Freund.